Und ein herzliches Willkommen zurück, liebe Geschwister! Es herrscht leider große Verwirrung darüber, wo wir sind, wer wir sind und welche Lehren vor uns als Leib Christi richtig sind. Es heißt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet, 2. Timotheus 3, 16 und 17. Aber wir können nicht alle Schriften auf uns, die Kirche, anwenden, sonst geraten wir in ein großes Durcheinander. Die richtige Aufteilung der Bibel ist entscheidend, wenn wir diese Fragen und unser Verständnis der Heiligen Schrift besser verstehen wollen. Dazu ermutigt uns Paulus in seinem zweiten Brief an Timotheus, 2. Timotheus 2, 15. Vers 15. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht so schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Wenn wir jetzt dieses Wort strebe, schauen wir uns, The King James, da steht Study, in Deutsch Studiere. Das heißt, wir müssen unsere Bibel studieren. Bitte entschuldige eventuelle Leserversprecher meinerseits. Deshalb könnt ihr mein Skript mitlesen. Ich komme ursprünglich aus Schottland und wir sprechen dort einfach anders. In diesem Video werden wir uns mit einigen häufigen Missverständnissen über den Dienst von Jesus, Petrus und Paulus befassen. Wir werden das Wort der Wahrheit richtig teilen. 2. Timotheus 2, 15. Einige gängige Missverständnisse unter Gläubigen sind, es gibt nur ein Evangelium und jeder wird auf genau die gleiche Weise gerettet? Die zwölf Jünger, Jesus und Paulus, predigten dasselbe? Oder Paulus kommt später und macht einfach dort weiter, wo Petrus aufgehört hat, den Heiden dasselbe Evangelium zu verkünden? Diese Aussagen mögen spirituell klingen, aber sind sie wahr? Wir werden uns einige Bibelstellen ansehen, um dies zu beantworten. Matthäus 10, 5 durch 7. Hier befiehlt Jesus seinen Jüngern, nicht zu den Heiden oder Samaritern zu gehen. Sie dürfen nur nach Israel, den Juden, gehen, um das Evangelium des Königreichs zu predigen. In Übereinstimmung mit dieser Anweisung von Jesus, in Matthäus 15, 21 durch 28, passiert folgendes. Eine nichtjüdische Frau kommt zu Jesus und bittet um Heilung für ihre besessene Tochter. Vers 21 Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tairos und Sidon zurück. Und siehe, eine kananienische Frau kam aus jener Gegend, rief ihm an und sprach, Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Jesus antwortete nicht auf ihre Bitte, und die Jünger baten Jesus, sie wegzuschicken, da sie sie verärgerte. Denn sagte er in Matthäus 15, 24, Hier haben wir aufgehört, meine Tochter ist schlimm besessen. Er, Jesus, natürlich, aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er, Jesus, aber antwortete und sprach, Ich bin nur gesandt zu den verloren Schafen des Hauses. Wen? Israel. Hier sehen wir deutlich, dass Jesus nur nach Israel, die Juden gesandt wurden, sei, nicht zu den Heiden. So, die Frau kommt Jesus nahe, betet ihn an und fleht erneut um seine Hilfe. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir! Und Jesus antwortete ihr, dass es nicht angebracht sei, das Brot der Kinder, das Brot Israels, den Hunden zu überlassen. Hier vergleicht Jesus Nichtjuden mit Hunden. Vers 26 Er aber antwortete und sprach, Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder, hier ist die Kinder, ist so erst gemein, nimmt und es den Hunden vorwirft. Schließlich heilt Jesus die Tochter der Frau. Sie vergleicht sich mit Hunden, die sich mit den Krümeln begnügen würden, die von Tisch fallen. Jesus war von ihren Glauben beeindruckt. Okay, Vers 27 Sie aber sprach, Ja, Herr! Und doch essen die Hunde vom Brotsam, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, deine Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Aus diesen Versen geht klar hervor, dass Jesus' Dienst Israel den Juden galt. Paulus bestätigte dies in folgenden Vers, Römer 15, 8. Vers 8 Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener, der Wehen der Beschneidung, also Israel, geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen. Dass aber die Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich preisen, unter den Heiden, und dein Name lobsingen. So, wir sehen, dass Jesus und seine zwölf Jünger dienten Israel, also die Juden, während ihren örtlichen Dienstes, aber später dienen uns Heiden, Jesus sein Tod, sein Begräbnis und seine Auferstehungserlösung. Matthäus 4, 23 Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündete das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen ins Volk. Matthäus 9, 35 Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium von dem Reich und heilte jeder Krankheit und jedes Gebrechen ins Volk. Und hier waren wir vorhin, Matthäus 10, beginnen wir bei 6. Geht vielmehr zu dem verlorenen Schaffen des Hauses Israel, geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Heilkranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebe es. Jesus sandte Paulus, um den Heiden zu dienen, also uns. Paulus schrieb in Römer 11, 13 und in 2. Timotheus 1, 10 und 11, Römer 11, 13 Denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehre. 2. Timotheus 1, beginnen wir um 9, durch 11, ne? Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar gemacht worden ist, durch die Erscheinung unseres Letters und Jesus Christus, der den Tod, die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium. Für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Wehen, der Heiden, eingesetzt worden bin. Paulus ist der einzige Person in der Bibel, der einen Dienst für Nichtjuden hatte. Predierte Paulus auch das Evangelium vom Königreich oder ein anderes Evangelium? Wusste Paulus von das Evangelium vom Königreich, das Petrus und die zwölf Jünger predigen? Apostelgeschichte 9, 1 und 2 Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohen Priester und erbart sich von ihnen Briefe nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fand, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Offensichtlich wusste Paulus genau, was die Jünger predigten, als er sie verfolgt, weil sie Jesus, den Christus, den Messias, den Sohn Gottes und seine Auferstehung predigten. Er kannte die Lehren und Überzeugungen der Anhänger Jesus schon lange, vor seiner Reise nach Damaskus. Paulus war mit dem Evangelium vom Königreich sehr vertraut, aber Paulus sagt deutlich, dass er sein Evangelium durch eine göttliche Offenbarung von Jesus erhalten hat. Galater 1, 11 und 12 Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündete Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen Empfang noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Paulus stellt klar und deutlich fest, dass sein Evangelium durch göttliche Offenbarung von Jesus kam. Paulus erhielt sein Evangelium nicht von Petrus, Jakobus, Johannes oder einem anderen Jünger. Epheser 3, 1 durch 3 Deshalb bin ich Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die für mich für euch gegeben worden ist. Halten wir kurz hier an. Dieses Wort Haushalterschaft, ne? Schau mir, was the King James sagt. Der Textus Rezeptus. Oh, Dispensation. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, to you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of grace of God, which is given me to you word, how that be revealed, revelation, he made known unto me the mystery. As I wrote a four in a few words. Go back to German. So, ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft, der Dispensation, der Gnade Gottes gehört, die mich für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch was Offenbarung wissen ließ, wie ich so vor kurz geschrieben habe. Wenn Paulus das gleiche Evangelium predigte wie der junge Jesus, wäre es nicht nötig gewesen, dass Jesus Paulus ein göttliche Offenbarung gegeben hatte. Daher muss sich das Evangelium, das Jesus Paulus gab, in mancher Hinsicht von dem unterscheiden, was Jesus seine Jünger predigten. Diese Tatsache wird in den folgenden Passagen aus dem zweiten Kapitel des Galaterbriefs deutlich, in denen Paulus von seinem Besuch in Jerusalem und seinem Treffen mit den Jüngern berichtet. So, Galater 2, 1 und 2, die Erkennung des Aposteldienstes von Paulus durch Petrus, Jakobus und Johannes. Darauf nach 14 Jahren zog ich wieder hin auf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihn, insbesondere den Angesehenen, das Evangelium vor, was ich unter den Heiden verkündige, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Und interessant sind die nächsten paar Verse. Aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein Griecher ist, oder wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen, was sich aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen konnten. Das wären die Judarisierer. Also, 14 Jahre nach der Bekehrung von das Paulus ginge er durch eine Offenbarung von Jesus Christus nach Jerusalem. Der Zweck der Reise bestand darin, Petrus, Jakobus und Johannes über das Evangelium zu informieren, dass er Paulus unter den Heiden predigte. Hätten sie alle dasselbe Evangelium gepredigt, wäre die Reise des Paulus völlig unnötig gewesen. Offensichtlich war das Evangelium des Paulus anders. Paulus wollte die Jünger über das Evangelium der Gnade informieren, das Jesus ihm offenbart hatte, und über seinen Dienst an die Heiden. Wenn also die Zwölf Jünger Jesus und Paulus alle dasselbe Evangelium predigten, war wieder eine besondere Offenbarung von Jesus Christus an Paulus noch die Reise des Paulus nach Jerusalem oder die Ratsversammlung nach Apostelgeschichte 15 1 durch 35 erforderlich. So, Galater 2, hier waren wir vorhin, machen wir Kontext. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten, denen, die falschen Brüdern, gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bleibe. Von denen aber, die falschen Brüder, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich. Gott achtet das Ansehen der Person nicht, mir haben diese angesehen nichts weiter auferlegt. Und dann geht es weiter mit den Evangelium Verteilung, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich mit den Evangelium der Unbeschnittenen betraut bin, gleich wie Petrus, mit denen an die Beschneidung, denn er, welcher in Petrus kräftig wirkte, zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir kräftig für die Heiden. Paulus erzählte hier den Jüngern von Evangelium der Gnade, das er von Jesus erhalten hatte. Die Jünger erfuhren schnell, dass Paulus das Evangelium der Gnade für den Unbeschnittenen der Heiden anvertraut wurde und das Evangelium von Königreich wurde Petrus von Jesus während seinen irdischen Wirkens anvertraut. Jesus Christus gab beide Evangelien eines seiner Jünger für die Juden und ein anderes Evangelium an Paulus für die Heiden. Der wörtliche biblische Text bezeichnet eindeutig zwei Evangelien. Das Evangelium der Beschneidung, das Evangelium des Glaubens und der Taufe, das den Jüngern Jesus für den Juden gegeben wurde. Matthäus 28 16 durch 20 und Markus 16 14 durch 18 Wir werden Matthäus als Exempel anschauen. So, Matthäus 28, dies ist kurz nach der Wiederauferstehung von Christus. Wir beginnen hier bei dem Auftrag der Jünger. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat hinzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist alles gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und den Heiligen Geistes. Das Evangelium der Unbeschnittenheit, das Evangelium der Gnade, das Paulus für die Heiden gegeben wurde, 1. Karinther 15, 1 durch 4. Okay, ich erinnere euch aber, ihr Bruder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Was genau ist der Unterschied zwischen dieser beiden Evangelien? Das Evangelium der Beschneidung ist auch dasselbe Evangelium, das Petrus zu Pfingsten in der Apostelgeschichte Kapitel 2 Predite, Apostelgeschichte 2, 36 durch 38. Okay, wir nehmen Vers 36 dazu, weil es uns sagt, zu wen Petrus predigt. So soll nun das ganze Haus wen? Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. So, wir sehen deutlich, dass Petrus predigt allein zu Juden. und die erste Kirche, also die frühe Kirche bestand nur aus Juden. Das ist klar. Okay, hier ist das Evangelium. als sie aber hörten, drangen sie uns durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was soll mir tun, ihr Männer und Brüder, und hier ist es. Da sprach Petrus zu ihnen, tut böse und jeder von euch lasse sich was? Taufen in den Namen Jesu Christi zu was? Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hier mussten sie zur Vergebung der Sünden sich taufen lassen und böse tun. Das war das Evangelium. Das Evangelium der Gnade Glaube, dass Jesus vor unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist, wie es in 1. Korinther 15, 1 durch 4 steht. Setzt euer Glauben und Vertrauen auf ihn und seine Blutsöhne für die Erlösung, nicht auf dich selber, deine Werke, Taufe, Böse. Dies ist das Evangelium, das Paulus auf seine Missionsreisen predete. Offensichtlich predete Petrus zum Haus Israel den Juden. Er verkündete, dass Gott den Vater Jesus sowohl zum Herrn als auch zum Christus, dem Messias Israels, gemacht hat. Petrus fügt dann Büße und Taufe als Voraussetzung für den Fang des Heiligen Geistes hinzu. Apostelgeschichte 2, 38. Büße und Taufe betreffen in Petrus Evangelium die Vergebung der Sünde, aber in Paulus Evangelium der Gnade ist dies jedoch nicht erforderlich. In Petrus Evangelium geht es nicht um den Tod, die Auferstehung Jesus Christus. Petrus beschuldigt die dortigen Juden zu Pfingsten, ihren Messias gekreuzigt zu haben. Apostelgeschichte 2, 36. Petrus verkündet Jesus sowohl als Herrn als auch Messias Israels, dass Petrus Evangelium verlangt auch die Wassertaufe. Apostelgeschichte auf Jesus Christus liegt, stellt das Evangelium für die Heiden Jesus als unser Retter dar, der uns von der Strafe der Sünde erlöst. Während das Evangelium für die Juden Jesus als den Herrn und Messias Israels darstellt, der das Königreich Israel wiederherstellen wird. Wenn man das einmal verstanden hat, macht es vollkommen Sinn, denn die Juden wurden einem Messias und einem Königreich versprochen, den Heiden wurde kein solches Versprechen gegeben. Nun ergeben diese Passagen den Galaterbrief vollkommen Sinn. Schauen wir uns das nochmal an. Galater 2, 7 und 8 Okay, Galater 2. Beginnen wir bei 6b. Gott achtet das Angesehene der Person nicht. Mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich, Paulus, mit dem Evangelium der Unbeschnittenheit betraut bin, gleich wie Petrus mit den an die Beschneidung, denn der, welcher in Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der, der Gospel der Unbeschnittenheit, wirkte auch in mir kräftig für die Heiden. Und, als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, Paulus, reichen Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas der Hand, der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter den Beschneidung wirkten. Zwei Evangelien, zwei Apostelämter. Paulus, Evangelium der Unbeschnittenheit, das Evangelium der Gnade, Apostel der Heiden, Römer 11, 13. Petrus, Evangelium der Beschneidung, Glaube und Lass Dich Taufen, Apostel Israels, zwei unterschiedliche Zielgruppen, wie steht in Galater 2, 9. Paulus, Barnabas und Silas gehen zu den Heiden, Petrus, Jakobus und Johannes gehen zu der Beschneidung Israel. Wenn wir diese beiden Evangelien getrennt halten, wird unser Verständnis des Neuen Testaments erheblich verbessert. Evangelium von Königreich Verkündet von Johannes der Täufer, Jesus und den Zwölf. Nur Juden gepredigt. Erforderlich Reue, Taufe und Glaube plus Werke. Inhalt der Botschaft war, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes war, begann mit Johannes den Täufer und endete während der Apostelgeschichte, Fortsetzung nach den Rücken. Endete in jüdischen Unglauben, wird fortgesetzt, nachdem der Leib Christi fertiggestellt ist. Endet im jüdischen Glauben und erfüllt den großen Auftrag und die Prophezeiung. Evangelium während des irdischen Dienstes Jesus und in der Apostelgeschichte, zukünftige großer Auftrag, Trübsal-Evangelium, sobald der Leib Christi vollendet ist. Evangelium von der Gnade Gottes, von Paulus verkündet, wird hauptsächlich an Nichtjuden gepredigt, erfordert allein Glauben, also Glaube plus nichts. Inhalt der Botschaft ist der Tod, das Begräbnis und die Auferstehung Christi, begann, nachdem Jesus Paulus zum Apostel der Heiden ernannt hatte. Endet mit der Vollendung der aus Juden und Heiden bestehende Leibes Christi, also die Entrückung. Unser gegenwärtiges Evangelium bis der Leib Christi vollendet ist. Okay, wir sind am Ende unseres Videos angekommen. Ich hoffe, dass es hat einige die Augen geöffnet und war vielleicht auch erbaulich. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir als Christen das Wort der Wahrheit richtig teilen. Als Kirche müssen wir, um Jesus nachzufolgen, über Paulus gehen. Juden und Nichtjuden sind nur eins im Leib Christi, ansonsten nicht vermischen. Paulus wurde das Evangelium der Gnade für uns, die Heiden oder Nationen, gegeben und Gott wird diese Geheimnisse der Menschen durch sein Evangelium richten. Römer 2,16 Vielen Dank an alle, die es zugeschaut haben und es bisherher geschafft haben. Ich liebe euch alle im Herrn. Maranatha!